auf aber jetzt muss ich erst mal gucken wo der Spawnpult in der Mitte Jep okay die Medians möchte ich erst mal dass sie hier in Fahrt. Guck mal wie da was spottet hier in der Mitte auf die Schüsse schon querfahrt. Wir Heavys, wir fahren alle hier ran. Ich möchte dass zwei Heavys hier in die Burg ran fahren vorzugsweise das machen die zwei OPEX 452K der Rest fährt erst mal hier vorne ran Rahnbahn kann sich hier vorne gut ran stellen dass er da High Down spielen kann und ich glaube Bescheid, wenn man das so Affe ich werde nur fein wir warten bis die Linse aufgerückt meine lieben rechts ich geh nicht auf ich fahr mal ein bisschen fort mit meinem Mäht wir drehen meinen Affen Cap drauf dann müssen wir ranfahren jetzt guckt ob wir hier rum kommen die ihr von hinten angreifen könnt ich block schnell mal den Cap ist geblockt ich steh jetzt für den Kurzflug wo ist Meier? ich kann nicht mehr vorkommen dass die einfach alles abheben ist ich wollte das auf den KPZ mit schießt die schießen grad auf die Mähts könnt ihr das 277 mal besch... ich hab reload ich muss uns nicht einschießen ja ich hab reload ja da hängt das Objekt an der Pult ihr müsst das auf der Kette einfach rausnehmen ich hab noch 50 Minuten du beleid schon deswegen hab ich mir den Schuss gefangen da sah ich mich vor dich gestellt ich hab mir den Objekt an der Pult gefangen ok 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 ja mann ist der Objekt an der Pult aufkommen ich kann auch reinschießen ich weiß es nicht ich hab ihm gesagt dass er schön rein fahren damit er seine AP mit anbieten kann wenn das nicht gemacht wird Scheiße komm raus 111 haben wir gefunden Reload Kranwagen das wissen sie aber glaube ich nicht doch sie wissen es scheiße die schießen aber auf mich ja der will mich wohl der S-Kopf jetzt wird gut funktionieren wirst du geladen? ja jetzt bin ich leer ich brauch Hilfe fahr zurück fahr zurück ja ja ich muss hier hin jetzt Rossi hat Schuss ja ich bin aber tot wir halten es mit ihm ich hab noch 8 Sekunden ich kann nur den Oberfluss 8 5 4 ich bin auf dem Kong drauf das war ein Schott 9.07 ist draußen mit Reload es war schlecht gespielt von mir da wäre mehr drin gewesen das Objekt in der Mitte hat uns lange geärgert ne? mhm so viele Schüsse hat er glaube ich gar nicht gemacht der hat immer durchgefahren ist naja gut um Damager geht es aber 3 Schüsse 3 Schüsse wie er in Sand gesetzt mhm mhm so und jetzt so und jetzt? wieder alles einmal durch wechseln die Geschwindigkeit hast dann brauchst du wenigstens webringst wenn er mit hinterher hängt so darf man den wieder in Dienst stellen oder musst du was anderes nennen? anders ok also dann nehme ich was anderes wir könnten ja auch mal probieren habe ich noch hat ja das eben auch geklappt wenn wir einfach mal ein paar E3s oder sowas reinpacken könnte auch funktionieren könnte auch funktionieren aber können wir ja danach machen so Oberst Mayer von dir hätte ich gern noch ein Heavy weißt du gut das probieren wir mal was anderes ich probiere mal was anderes und zwar ich möchte aber trotzdem die Heavys möchte ich wieder hier einer kann sich hier an die Ecke hinstellen zwei fahren wieder hier in die Halle einer hier vorne ran der andere der stellt sich hier nur hin und spottet wenn die hier versuchen was zu pushen wir beide jetzt bei Mels wir fahren erst mal hier auf die Flanke ich stelle mich an die Ecke das spreche ich ab wer wo sich hinstellt hey Ecke Mensch ich war da wo ich gesetzt habe hier in dem Fall wenn mich die Jugend vorbeilässt wirst du wirklich ganz über die Uhr ja ich will was anderes probieren ja ich will was anderes probieren über die Null über die Null klar okay ja wir müssen oben am Busch ran fahren falls wir etwas über die Sandrüge schicken wollen dann schießen wir nicht spottet ich habe grad gut hier ja ich habe schon gesehen wie ich sehen wollte ich wäre dass wir unspottet hier reinkommen wenn er jetzt geschossen ist dann wisse er ja dass wir dann kommen soll er gar nicht wissen da hättest du jetzt geschossen wir hätten hier gewusst okay ein Mädch steht schon mal da wahrscheinlich ist er nicht alleine dann hätten die vielleicht jetzt schon unsere fünf rausgepusht zu sieben da liegt nur einer auf ich habe jetzt gerade Angst dass sie uns hier entgegen kommen also hier hinten ist nix mehr auf der anderen Binde ja das nicht wenn sie das tun dann müssen die anderen fünf direkten Cap rein wenn sie jetzt kommen das ist richtig ja am besten drei in Cap und zwei fahren den anderen entgegen dass ihr die blocken tut aber da kommt nix mehr doch ein SCB1 der Mini ist spottet den können wir rausnehmen weil das müssen wir jetzt machen sonst funktiert der unserer hier ist nix ne? bei den Hemis ähm ich habe vom S-Kunk Aufstöße gekriegt ok ich bin ganz lo 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 also unser helftes kindentheorie das schmeckt dir ich bin ganz lo ja wird mal ein bisschen weiter vor aber guck mal die können wahrscheinlich jetzt hier diese sind da drüben wenn wir hier rechts rum fahren oder also es gab könnte ich nicht hinstellen versucht euch so hinzustellen dass sie hier hin wirken könnt hier werden die ganzen Gegner stehen hier und hier verteilt ja rossi ich versuche den hier über die Flanken nochmal aufzumachen vielleicht kannst du dich da oben safe hinstellen guck aber dass du da oben am besten nicht aufgehst hier ist es gerade einfacher gesagt da probier es mal ich versuche den uns zu heavy ist mal ein bisschen aufrücken nein das ist ein Thema ich bin tot hier ist es da oben am besten auf dem kopf da oben am besten wir unten raus gucken sonst muss man das aufhelfen Shit Ist doch mein P-3 Fokus auf den AMX Komm Heavys Ja natürlich Da muss ich den Schuss Mit ranziehen Ja links Der STB1 Ja ich muss aber da ranziehen 49 hat er noch Wir müssen den Cap noch treffen Noch viele Sekunden 30 Sekunden Warte S von Cap Ich beschäftige noch jemanden Die Der Die Block ihm Block sie einfach das Jajaja Langsam Der hat nur 10 Sekunden durchcappen Acht Das klingeln die gerade Blockiers einfach Blockiers Jürgen stell dich safe Aaaaaah Aaaaaah Garde Warte Ich hab ihn ja am x Robert Slyon fahr jetzt vor Warte schon fahr vor Fahrt einfach vor und nehmt den am x raus Macht doch einfach mal AMX Ah fuck Nicht durch Sie haben uns Sie sind raus Nicht durch an der Seite, das sind wir nicht Kurz danke fürs übernehmen Der Ansang der Heavys Ja Ich hab's gesucht Ich war gerade ein bisschen zu konzentriert Da ich den KPZ und den STB die ganze Zeit ablenke Naja Irgendwie so schrecklich gezockert Er ist doch unverhältlich, ich glaub irgendwie gekommen Was ist jetzt hier die Schutthauser geschossen hier Unser Munitionslager wurde getroffen Kette beschädigt Kette beschädigt Geschütze ausgefallen Nachladen dauert länger Ach das war aber auch schön, wenn wir ein Witzer KPZ trifft Jeden Schuss aus der vollen Fahrt Ja ich müsste mal gucken, was mich da alles getroffen hat Ja ich müsste mal gucken, was mich da alles getroffen hat Also ich habe ja quasi akut nur noch 400 HP gehabt Ja Versuch zu blocken, aber drei Stück auf einmal ist schwierig Ja Ja Fast Als hätten wir es ja geschafft Aber ich konnte die da hinten auch nicht länger hinhalten Leider So Wir haben noch 666 Punkte verfügbar Ich würde mal ganz kurz Ich würde mal sagen, wir stellen wir ein paar Fahrzeuge erstmal einen Dienst Ich würde mal sagen, wir nehmen vor allen Dingen alle S-Kongs Alle Schieftains Die 279 Die stellen wir wieder in Dienst Das heißt Kann jetzt mal einer kurz machen? Ossi oder Kjell Jogen ist da doch gut, oder? Ich fang mal bei Jogen unten an Also beide braucht ihr nicht, die kann ich auch alleine machen Weil ihr könnt auch einfach Also wir können wahrscheinlich auch nur die Offiziere Wenn ihr eure Panzer durch wechselt Dann könnt ihr einfach daneben aufs Zahnrädchen gehen Dann kannst du das Fahrzeug einfach wieder in Dienst stellen Was du gerade drin hast Genau Sind wir neben so Zigaretten? 1.000 Mann Das war einfach ein Spiel Ich sag noch ein Spiel an Dann mach mal eine kurze Pause Und dann übernimmt er Rossi Ja Also ich habe mal nur zwei von mir repariert Ich habe ihn auch poliert für dich Auch, ja Mh Jetzt glänzt er wieder Ich mag ihn auch leid Ich ich gar nicht Ein paar Brotkrumen habe ich übrig gelassen auf dem Boden Aber jetzt versuchen wir Roger grün Wie lange grün? Nee Naa Ich gar nicht so drittes spiel ja hier ist der stefan der ist die luden und hört uns fluchen oh ja jetzt die karte mal aufpassen muss dass man nicht weggekackt wird so deswegen lasse ich dich mal zwei leute unten so ich möchte trotzdem die zu essen nutzt die geschwindigkeit fahrt hier hoch spottet die schon in der anfahrt versucht was euch am medius entgegen kommt schon weg zu polieren unten bleiben am x und 60tp ihr bleibt hier unten ihr verteilt euch hier vorne dass ihr denn die captain könnt alle anderen fahren hoch alle sind normal hier alles für den club Guck mal was ich meine. Bissin, kannst du noch ein bisschen nach rechts fahren? Ja. Boah, bei dem Himmel. Okay. Ein paar nette Schnitzel. Guck mal, ob ihr den E3 da unten schießen könnt. Es geht nur für den 64, die 4 in AMX. 4. Aber da, whoop. Wir essen und guckt, ob ihr hier in die Senke hier unten reinkommen könnt. Ich brauche euch immer noch hier oben. Ich brauche euch immer noch hier oben. Ja. So, DWB habe ich. Jetzt gehe ich raus. Rossi, super. Hinten ran, vorne Rossi. Ja. Zwei Mal auf dem Cap, zwei Mal sind hier oben raus. Ich komme ja von hinten ran, ne? Deswegen, ihr seid jetzt in der Senke langfahren. Ja. Ihr seht nicht die Schüsse von da kassiert. Warte, gib mir den Arsch. Von der Feindschaft. ES7. Was machst du denn? Du solltest hier mit oben helfen. Was guckst denn runter? Zehn Sekunden noch, Leute. Ja, gut. Jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Der hättet ihr schon fahren können und B-Cappen können. Oh, nee. Wir haben von denen das immer. B-Capp. Jetzt hätte ich's geahnt. User, join your channel. Habe ich was gesagt. Ich habe jetzt da unten nicht aufgepasst und die jetzt nicht mehr angeleitet. Ja, wir sind losgefallen. Nee, ich hab's doch was zu spät gesagt. Ihr habt's ja da noch gestanden. Das hätte schon die Sekunden vorher passieren müssen, also... Ihr hättet mal so hops genommen. Es wird bald einer gekippt, ne? Wir waren so schlecht. Aber, Rota, ich hab doch mehrmals gesagt. Nicht nach unten gucken. Wir müssen doch erst den Hill gewinnen. Was willst du denn da unten die ganze Zeit hinschießen? Eine Kanone fehlt da drunter.